Wenn in 48 Stunden elf Menschen auf einem Berg ums Leben kommen, dann gibt es definitiv eine große Frage. Was ist hier passiert? Um eine der tödlichsten Expeditionen des modernen Bergsteigens geht es heute bei Berge im Portrait. Das hier ist der K2. Den kennt man vermutlich aus dem ein oder anderen Video von mir. Aber heute geht es weniger um den Berg als mehr um eine Geschichte, die am K2 hoch oben genau so passiert ist. Der K2 gilt als einer der gefährlichsten Berge der Welt. Im Jahr 2008 kam es erstmals zu einem großen Massenandrang am Berg. Expeditionen aus Norwegen, den Niederlanden, Singapur, Serbien, den USA, Südkorea, Frankreich und vielen mehr, inklusive vieler international gemischter Expeditionen, fanden sich am Berg ein. Normalerweise ist die Climbing-Season am K2 etwas gestreckter. Die Teams hätten also die Chance gehabt, sich großteils nicht mal im Weg zu sein. Doch im Sommer 2008 war das Glück nicht auf der Seite der Masse. Ständiges Schlechtwetter sorgte für die Verzögerung der Aufstiege, was letztlich zu einem logischen Problem führte. Das letzte Wetterfenster der Saison wollten alle nutzen, war heiß begehrt. Alle gleichzeitig. Inwieweit das ein Auslöser des Dramas war, darüber lässt sich nur spekulieren. Doch klar ist, viele Bergsteiger wollten gleichzeitig mit einer guten Portion Stress auf den K2. Die Camps waren sehr voll, die Fixseile ausgelastet. Bis zu diesem Punkt hatten sich die Bergsteiger keine Sorgen gemacht. Das Wetterfenster sah vielversprechend aus. Doch Ende Juli, als insgesamt 31 Bergsteiger das Camp 4 am K2 erreichten und somit für den Gipfelanstieg in Startposition standen, kamen erste Probleme auf. Zuerst im Wegebau-Team. Dieses ist dafür verantwortlich, die Fixseile zu verlegen und die Route einzurichten. Meist sind das einheimische Träger, die auch gute Bergsteiger sind. Jedoch litten im Team zwei Personen an der Höhenkrankheit und mussten absteigen. Zwei Personen, die für das Wegebau-Team und damit alle internationalen Expeditionen absolut essentiell waren. Es fehlten Arbeitskräfte, es fehlte an Fixsein. Doch die Bergsteiger im Camp 4 hatte das an nichts hindern sollen. Sie fixierten selbst behelfsmäßig Seile am Weg zum Gipfel. Die Seile, so stellt sich später heraus, waren weder gut montiert, noch an den geeigneten Stellen platziert. So mussten andere Bergsteiger unter großem zeitlichen Aufwand immer wieder nacharbeiten, nur um dann, als es langsam hell wurde, festzustellen, dass die Seile so nicht ausreichen. Es wurden also aus leichteren Passagen Seile entwendet, um sie in schwereren Stellen zu montieren. Das passierte jedoch ohne das Wissen mancher Bergsteiger, was später dann dazu führte, dass im späteren Verlauf Seile gesucht wurden, wo gar keine mehr waren. In der berüchtigsten und gefährlichsten Passage des letzten Aufstiegsteils, dem Flaschenhals, kam es aufgrund des großen zeitgleichen Andrangs durch viele Bergsteiger zu Stau. Ein Ort, an dem Stau aber gefährlich ist. Der Flaschenhals wird überdacht von einem gewaltigen Serac, der regelmäßig Eis und Lawinen abwirft. Dieses Risiko steigt mit jeder Minute, in der selbiger letztlich der Sonne und damit der Wärme ausgesetzt ist. Im Stau unter dem tödlichen Serac kehrten die ersten Bergsteiger um. Diverse Probleme und auch die Sorge, von einem Eisbrocken erschlagen zu werden, waren dafür der Auslöser. Doch bei weitem nicht alle waren vom Scheitern dieses Savet-Pushes überzeugt. Der Serbe Dren Mandic löste sich an einer Stelle vom Fixseil. Warum er das tat, ist nicht ganz klar. In genau diesem Moment jedoch rutscht er aus und stürzt etwa 100 Meter in die Tiefe. Im Auslauf des Eisfeldes in Richtung Camp 4 bleibt er liegen. Aus Camp 4 machte sich eine Rettungsmannschaft mit Umkehrern auf den Weg zu ihm. Die Leiche sollte geborgen werden, als plötzlich der Pakistani Jehan Baik das Gleichgewicht verlor und ebenfalls abstürzte. Die Bergsteiger konnten vom Flaschenhals aus den Großteil dieser schrecklichen Stunden beobachten. Entschieden sich aber trotzdem für den weiteren Aufstieg. Diverse Bergsteiger erreichten mit mehreren Stunden Verspätung den Gipfel. Der spanische Solo-Alpinist Alberto Serain, die Norwegerin Cecilia Skog und Lars Nessa und viele weitere Bergsteiger, unter anderem aus Südkorea. Vor allem letztere erreichten den Gipfel mit vielen Stunden Verspätung. Der Abstieg, das war nun allen klar, würde definitiv lebensgefährlich werden. Alberto Serain, allein unterwegs und ein extrem starker Bergsteiger, war so schnell, dass er noch bei Tageslichters Camp 4 erreichen konnte. Die nachfolgenden Norweger erreichten die Schlüsselstelle, den Flaschenhals, erst in der Dunkelheit. Und dann passierte es. Eine Lawine aus Eis und Schnee brach über sie herein, in dem Moment, als sie versuchten, sich über die Fixseile, die steile Passage unter dem Serac abzusein. Die Lawine reißt Verankerungen aus dem Eis. Skog und Nessa schafften es, sich am verbleibenden Seil letztlich zu halten. Doch der Ehemann von Cecilia Skog, Rolf Bay, stürzte vor ihren Augen in den Tod. Nur im Schein ihrer Stirnlampe. Skog und Nessa kämpften sich langsam, ohne Fixseile, in der Dunkelheit, im steilen Eis, die Flanke nach unten, in Richtung Camp 4. Doch was war mit den anderen Bergsteigern aus den Niederlanden und Südkorea? Sie alle standen am Einstieg des Abstiegs, über den Flaschenhals. Diskussionen wurden laut, was jetzt die richtige Vorgehensweise wäre. Manche entschieden sich für ein Biwak auf über 8000 Metern Höhe. Andere schätzten das Risiko des Abstiegs geringer als das Risiko eines Biwaks und zogen los. Kars van der Gevel, der Niederländer, der den Abstieg wagte, sah währenddessen, wie der Franzose Udoberet abstürzte. Vermutlich ebenfalls beim Abstieg. Nun wird es noch unübersichtlicher. Am nächsten Morgen wagten sich erste Bergsteiger unter Schneeblindheit an den Abstieg. Wilko van der Rojen traf dabei auch drei Südkoreaner in einem Teilstück des übrig gebliebenen Fixseil hängend. Er ging davon aus, dass sie von derselben Eislawine getroffen wurden wie die Norweger. Im Camp 4 machte er Meldung, dass die Südkoreaner teils am Leben, teils tot gerettet werden sollten. Doch im Camp 4 sträubte sich bereits früh vieles gegen die Rettungsaktion. Mitten am Tag, direkt unter dem Serak, der bereits mehrere Menschen tötete, eine Rettungsaktion zu starten, das war einstimmig allen zu heikel. Kim, der Leiter der südkoreanischen Expedition, befahl dann den Sherpas, die von dem Geld und der Arbeit der Südkoreaner abhängig waren, dennoch zu gehen. Zwei Sherpas machten sich also widerwillig dann auf den Weg nach oben. Eine Harakiri-Aktion. Sie fanden dabei den erschöpften Marco Confortola. Plötzlich löst sich eine erneute Eislawine und tötet zwei Südkoreaner und drei Nepalesen. Der Sherpa Pemba fand letztlich Marco Confortola noch lebend und konnte in einer weiteren Solo-Rettungsaktion auch noch Wilco van Rooyen finden. Das Drama um den K2 fand damit ein Ende. Die Bergsteiger, die den Gipfel oder zumindest einen Highpoint über dem Flaschenhals erreichten, sie alle erreichten entweder erneut das Camp 4 oder starben am Weg dorthin. Gleichzeitig ist eine Sache stets wichtig zu beachten, wenn es um das größte Drama des K2s aller Zeiten geht. Die Überlebenden waren allesamt Bergsteiger. Waren allesamt von der Gier nach einem Erfolg am Gipfel getrieben, waren allesamt Menschen. Jeder von ihnen hatte am Ende des Tages andere Geschichten zu erzählen. Letztlich wurde aber nur eine davon die offizielle Version der Geschehnisse. Ob und inwieweit Medien damit die Wahrheit ablichten konnten, das wird niemals überprüfbar sein. Jeder Beteiligte hat andere Schuldzuweisungen, andere Dinge gesehen, andere Situationen mitgemacht. Das Drama am K2, vor allem weil es so jung ist, ist gut dokumentiert, aber gleichzeitig von vielen Unklarheiten durchzogen, da viele, die was wissen könnten, genau da gestorben sind. Am Ende des Tages ist klar, der K2 ist nur ein Berg. Er ist weder gut noch böse. Wir bringen jedoch sehr viel selbst auf diesen Berg mit. Vorurteile, ein Ego, Gefühle, Emotionen und nicht zuletzt Fehler. Wenn ihr dieses Video spannend gefunden habt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und schickt es doch gerne dem einen oder anderen, der den K2 immer noch für einen leichten Achttausender hält. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.